ja hallo und herzlich willkommen auf dem youtube kanal von xy botchen du hast dich für ein minecraft tutorial entschieden und in diesem tutorial das ich dir jetzt gleich zeigen werde schauen wir uns mal an wie man in dreidimensional eine kleine gruppe pinguine baut ihr könnt natürlich jede menge pinguine bauen das kann eine riesengroße kolonie werden in verschiedensten formen und ich zeige euch mal wie das aussehen kann ich habe das ja mal vorbereitet und das sieht dann so aus in diesem fall habe ich jetzt drei pinguine gesetzt ein erwachsener pinguin ein baby pinguin und einen pinguin der durch die gegend schlittert das ganze ist optional ihr könnt viel viel mehr machen ihr könnt weniger machen ihr könnt die ändern ihr könnt die form ändern und so weiter und so fort das ganze geht auch noch in der versteinerten variante wenn ihr zum beispiel statuen oder ähnliches bauen möchtet pinguine als statue steinerne figuren so sieht das ganze aus und dafür benötigen wir zum aufbau brauchen wir einen dunklen stein einen dunklen materialblock zum beispiel kohle oder bedrock oder je nachdem was ihr da habt in eurem texture paket wir brauchen eine holzstufe einen knopf ein weißes banner und ein schwarzes banner und wenn ihr die rutschende figur machen wollt dann brauchen wir auf jeden fall noch einen trichter wir benötigen zauntore die man aufmachen kann weißen teppich und schwarzen teppich so und dann will ich auch gleich mal zeigen wie man so einen pinguin bastelt wir benötigen ein einzigen block an der grundfläche mehr brauchen wir nicht das ist der orange dargestellt und wir hätten gerne drum herum jeweils einen block frei damit der pinguin nicht irgendwo aneckt das ist hier markiert mit der roten fläche und mit dieser roten fläche werden wir jetzt weitermachen und da setzen wir einfach jetzt einen schwarzen block drauf einen zweiten schwarzen block drauf einen dritten schwarzen block oben drauf und da machen wir ganz oben links und rechts graue knöpfe ran das werden dann die augen sein von unserem pinguin und unter die knöpfe machen wir dann jeweils ein schwarzes banner auf der linken und auf der rechten seite das werden die pinguin flügel dann machen wir vorne noch ein weißes banner gegen das wird der bauch und zu guter letzt kommt vorne noch eine holzstufe gegen das wird der schnabel und schon ist die illusion unseres pinguins perfekt der pinguin sieht ziemlich geil aus ist ein cooles teil geworden und ja jetzt zeige ich das gleiche noch mal wie man das direkt aufbaut ihr könnt das video jederzeit anhalten und beim nachbauen einfach dann schauen wie es weitergeht so drei blöcke hoch knöpfe links knöpfe rechts schwarzes banner darunter auf der anderen seite auch und vorne ein weißes banner dran und noch die stufe in holz und schon ist unser pinguin fertig ruckzuck erledigt und so könnt ihr ganze pinguin kolonien innerhalb von fünf sechs minuten zum beispiel auf eine eisscholle oder wo auch immer in eurem zoo tierpark bauen wie ihr wollt ja der kleine pinguin das baby pinguinchen ist im grunde genommen nichts anderes als auch der große ihr baut einfach das ganze teil eine etage tiefer dass er einfach ein niedriger steht als die anderen und macht dann einfach blöcke drum herum so wird dann die illusion gerechte dass das ganze dann ein baby wird für den rutschenden pinguin brauchen wir ein bisschen mehr fläche da reicht uns nicht ein block da brauchen wir drei breit und vier lang das ist wieder unsere orangene fläche und wir brauchen wieder ein bisschen abstand also noch mal für die roten drumherum ein bisschen platz so wir machen hier in die mitte setzen wir einfach vier schwarze blöcke zwei nach hinten und noch mal zwei oben drauf das sind die vier blöcke und wenn wir das gemacht haben dann reißen wir einfach zwei davon wieder weg so dass dann diese form entsteht und machen unten einen trichter gegen den trichter setzen wir gegen den block unten damit der hals des pinguins schön zusammenhängt ist ja dann machen wir noch die zauntorre hier an die seite und hier auf die andere seite da auch noch mal gegen und wenn wir das gemacht haben sind auch schon die knöpfe dran wir brauchen ein knöpfe hier fürs auge ein knöpfe hinten für den stütz oder das morse loch je nachdem wie ihr das sehen wollt und auf der anderen seite natürlich auch noch mal den knopf so obendrauf kommen dann die teppiche hinten für den rücken schwarz für den frack und für die flügel dann weiße teppich so zuletzt dann einfach noch den schnabel ran gebastelt mit einer holzstufe und die illusion unseres pinguins der durch die gegend rutscht ist perfekt und wem das jetzt hier zu steril und so ich mache das hier noch mal in action so hier die vier blöcke dann reißen wir die zwei hier wieder weg und hier unten den trichter gegen den block gesetzt und jetzt machen wir hier unten die sauntorre gegen die machen wir auf die torre damit die illusion besser aussieht und dann machen wir hier ein auge ran und dort ein auge ran und das popoloch machen wir auch ran das popoloch ist wichtig damit wir jetzt gleich hier den teppichboden hier oben gegensetzen können sonst hält der teppich nicht so und dann noch die flügel einmal links aber rechts und zu guter letzt der schnabel mit der holzstufe so ich hoffe das hat euch gefallen und viel spaß beim nachbauen wünsche ich auf jeden fall es kommen noch weitere viele coole sachen das hier finde ich besonders geil die pinguine sind echt schick geworden und wenn es euch gefällt dann könnt ihr gerne weitere tutorials angucken ihr könnt hier einen daumen nach oben oder nach unten je nachdem wie es euch gefällt kommentiert die ganze sache und dann könnt ihr noch follow an und abonnieren und was noch alles teilen könnt ihr das ganze video und dann freue ich mich wenn es gefallen hat und dann bis zum nächsten mal schüriö und reingehauen euer xautchen ein ein Untertitelung des ZDF, 2020